Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen, vor allem natürlich in Deutschland und in Österreich, aber wir haben hier den ganz grossen Horizont bemühen uns, ihn zu haben, keine Barrikaden, keine Verbarrikadierungen des Geistes, sondern das befreite, offene Gespräch mit unterschiedlichen Meinungen, mit unterschiedlichen Standpunkten. Das ist doch das, was heute fehlt in dieser Zeit der Inquisitoren, der Scharfrichter und der Guillotinengesichter, das Zeitalter der engen Unterhosen, das wollen wir hinter uns lassen, die wollen wir uns gar nicht erst anziehen. Sie verzeihen da diese etwas abenteuerliche Achterbahnfahrt der Metaphern zum Einstieg heute, Samstagmorgen am 31. August 2094. Das Thema dieser Sendung ist die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland. Da titeln wir mit der grössten Reizfigur der deutschen Politik. Das ist ja für mich immer wieder ein Phänomen, was dieser Lord Voldemort der deutschen Politik, dessen Name man ja schon fast nicht mehr aussprechen darf, beziehungsweise wenn Sie den Namen aussprechen, des Mannes da auf unserem Titelbild, dann wird erwartet, dass Sie sich gleich bekreuzigen, auf das Sie dann natürlich dem gesellschaftlichen Ritual gemäss dazugehören können. Davon halte ich nichts. Und ich muss Ihnen als Schweizer sagen, und das ist dann schon etwas ein Vorgriff auf unseren Inhalt, ich staune etwas über die Primitivität. Ich sage es mal so krass, ich staune über die Primitivität und intellektuelle Erbärmlichkeit der Diskussion führender deutscher Medien über die deutsche Innenpolitik. Das ist ja unglaublich, mit was für Begriffen, mit was für historischen Gleichsetzungen und gleichzeitig mit was für unscharfen und wagen Kategorien da herum gefuhrwerkt wird. Also wenn man Deutschland identifiziert und vielleicht auch die deutschen Medien in der Nachfolge der Dichter und Denker, dann ist also eine Nebelwand gleichsam aufgezogen, die da den Blick zu drüben scheint. Aber ich komme dann gleich darauf zu sprechen. Haben Sie etwas anderes mitbekommen? Es ist ein Abschiebeflug gestartet, meine Damen und Herren, mit 28 Afghanen, die jetzt nach Afghanistan zurückgeflogen werden können. Aha, jetzt hat man Ihnen doch erzählt, monatelang, jahrelang, nein, das geht gar nicht. Afghanistan, das ist ein Höllenloch, da kann niemand zurückgeschafft werden, das ist absolut ausgeschlossen, das verstösst gegen alle internationalen Menschenrechte und Migrationsregeln. Und plötzlich, siehe da, von einem Tag auf den anderen ist das möglich. Was lernen Sie daraus? Sie lernen daraus, dass Sie Ihren Behörden, Entschuldigung, das gilt übrigens auch für die Schweiz, gilt auch für Österreich, das ist überall so, dass Sie Ihren Behörden beim Thema Migration eben nur sehr bedingt trauen können. Das ist aber auch nichts Neues unter der Sonne. Misstrauen ist Bürgerpflicht in der Demokratie und die Demokratie ist sowieso die Staatsform des institutionalisierten Misstrauens des Bürgers gegenüber dem Staat. Also sollten Sie sich jetzt da nicht in dem Sinn aufregen oder empören, dass das so ist, das ist der Normalfall. Man muss misstrauisch sein. Es wird einem erzählt, es sei unmöglich abzuschieben, auszuschaffen und plötzlich geht es. Also wo der Wille ist, ist auch ein Weg und wenn kein Weg da ist, dann fehlt offensichtlich der Wille. Das ist die Situation, die wir da auch und gerade in Deutschland haben beobachten können. Das ist jetzt natürlich auch abgezirkelt und getimt, selbstverständlich populistisch von der Regierung auf die Wahlen, um da zu verhindern, dass die AfD noch mehr zulegt, als man befürchtet. Aber egal, an dem sehen Sie eben auch die Wirkung einer Opposition. Ohne diese Opposition, die mit einer sturen Unerbittlichkeit im gnadenlosen Gegenwind den Finger auf diesen wunden Punkt stellt, würden die anderen sich keinen Millimeter bewegen. Und das ist ja genau die Stärke der Demokratie, das ist die Stärke und auch die Notwendigkeit. Es braucht eben eine Opposition und das ist die ganz grosse Krankheit der Bundesrepublik gewesen während der Merkel-Jahre. Frau Merkel hat die politische Szene in Deutschland gelähmt und zwar, weil sie eine Strategie verfolgt hat des Machterhalts, dadurch, dass sie eben die Themen der linken Parteien, der eigentlichen Opposition gegenüber der CDU, dass sie sich diese Themen anverwandelt hat, Atomausstieg, offene Grenzen, Migration, das sind ja linksgrüne Themen, die hat sie übernommen, hat dadurch die Linken geschwächt, konnte an der Macht bleiben, hat diese sozusagen ausgesaugt, gleichzeitig aber die CDU immer weiter nach links geschoben und am Schluss hatten sie diesen grosskoalitionären Brei, diesen Einheitsbrei in Berlin und das Unbehagen ist immer grösser geworden. Die Leute haben doch gemerkt, da stimmt etwas nicht mehr, da fehlt etwas. Die FDP hat zwar immer wieder als Opposition rhetorisch dagegen gehalten, aber leider haben da viele den Eindruck der Wähler, dass eben diese FDP nur so tut, als ob sie da eine Opposition sei. Man hat sie gewählt, in der Hoffnung, beim letzten Mal, dass die da Gegensteuer geben. Die AfD war vielen noch zu unheimlich, aber jetzt hat sich da die FDP vielleicht etwas selber entzaubert, als eben nicht so schlagkräftige Opposition, die hat sich eben auch in den Brei hineinziehen lassen. Und dieses Unbehagen an einer alternativlosen Demokratie, dieses Unbehagen, das registrieren sie jetzt bei den Wahlumfragen. Die Leute sehnen sich eben nach einer Alternative. Kein Wunder, die Demokratie ist die Staatsform der Alternativen. Und wir beschäftigen uns natürlich mit den bevorstehenden Wahlen und zwar im antiapokalyptischen Geist. Also in dieser Weltwoche-Ausgabe werden sie nicht lesen, dass die deutsche Demokratie am Abgrund steht. Sie werden nicht lesen, dass es in der deutschen Bevölkerung die Erreichbaren und die Unerreichbaren gibt. So hat sich übrigens mal ihr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgedrückt. Ja, es gibt die Erreichbaren, mit denen ich sprechen kann. Und dann gibt es die Unerreichbaren. Das sind vermutlich die, die die AfD wählen und das BSW. Mit denen reden wir schon gar nicht. Ich meine, wenn ein Bundespräsident so redet, meine Damen und Herren, hat er sein Land schon aufgegeben. Das ist jetzt meine ehrliche Meinung als Schweizer hier. Aber es steht mir ja sozusagen nicht zu. Doch es steht mir zu, diese Meinung natürlich auch mit Blick, mit wohlwollendem Blick in Richtung Deutschland hier kundzutun. Also, das werden sie bei uns nicht lesen und sie werden auch nicht diesen billigen Moralismus auf Kosten der AfD bei uns serviert bekommen. Das ist etwas, dem misstraue ich einfach. Wenn sich zu schnell die Leute zu einig werden in der moralischen Verunglimpfung von bestimmten Personen oder Parteien oder Gruppierungen, dann provoziert das meinen Widerspruch. Also, wenn man gewissermassen das Dogma sich zu verfestigen spürt. Also, wenn da ein Dogma, quasi ein Glaubenssatz, wie ein Mantra, sich da materialisiert, wenn das sichtbar wird, dann muss man als Journalist dagegenhalten. Und das ist bei dieser AfD ganz klar der Fall. Die ist zur Schiffre geworden. Sie ist auch zum Samtsack geworden. Sie ist zum Prügelknaben, zum Sündenbock geworden, für alles Mögliche. Und man projiziert jetzt einfach Dinge in diese AfD hinein, die hinten und vorne nicht stimmen. Und man redet immer, das ist auch so eine Unterscheidung, es gibt die demokratischen und die undemokratischen Parteien. Meine Damen und Herren, ich bin Schweizer. Ich glaube, wir Schweizer, wir dürfen uns auch nicht zu viel einbilden auf uns. Aber ich glaube, wir Schweizer haben eine gewisse Ahnung und eine gewisse Erfahrung mit der Demokratie. Und ich kann Ihnen sagen, jetzt auch nach intensiver Auseinandersetzung, dass in Deutschland die Parteien, die da am Start sind, sich nicht unterteilen lassen in die undemokratischen Parteien und die demokratischen Parteien. Ich sehe in Deutschland demokratische Parteien. Und zu den demokratischen Parteien gehört selbstverständlich auch die AfD, weil die Deutschen Demokraten sind. Ich meine, das ist doch eine Beleidigung auch der Bevölkerung, wenn man da Millionen von potenziellen oder tatsächlichen Wählern unterstellt, ihr seid undemokraten. Und diese angeblichen Undemokraten oder die von den angeblichen Undemokraten gewählten angeblich undemokratischen Abgeordneten, die sitzen ja schon zu Dutzenden, vielleicht zu Hunderten in den Parlamenten, in den Landtagen, im Bundestag. Die Unterstellung, die da einfach von den Medien so routiniert gemacht wird, mit routinierter Selbstverständlichkeit. Ja, die AfD, das sind die Undemokraten. Ja, beim BSW, das sind die Diktatorenfreunde. Was ist denn das für eine Herrenreiter für eine Arroganz-Pose? Allüre, die da eingenommen wird? Und die grösste Reizfigur, und darum haben wir ihn auf den Titel gesetzt, oder sie auf den Titel gesetzt, ist natürlich dieser Mann hier, der Lord Voldemort der deutschen Politik, Björn Höcke. Und ich beschäftige mich in meinem Editorial mit der Frage, ist Björn Höcke ein Demokrat? Ja oder nein? Und Sie lesen die Antwort auf diesem Titel, Demokrat Höcke. Natürlich ist Björn Höcke ein Demokrat, nach allem, was ich weiss. Ich meine, der Mann sitzt seit Jahren in einem Parlament. Er ist vermutlich der meistbeobachtete und meist durchleuchtete Politiker des Westens nach Donald Trump. Wenn man dem wirklich etwas Handfeistes nachweisen könnte, wenn man etwas in der Hand hätte gegen ihn, wo er Anträge gestellt hätte, Vorstösse gemacht hätte gegen die Demokratie, gegen das Grundgesetz, dann können sie Gift nehmen, dann wäre das schon längstens. Auf den Titelseiten der Zeitungen und der Nachrichtenmagazine und Björn Höcke wäre hinter Schloss und Riegel. Aber nichts ist ja da der Fall. Man nimmt irgendwelche Aussagen, wo nicht einmal Geschichtsprofessoren wissen, dass sie historisch kontaminiert sind, und dreht ihm daraus einen Strick. Das ist die Primitivität der deutschen Debatte. Man hängt einem einfach die Nazi-Etikette an, bezeichnet einen als Undemokraten, ohne jemals zu definieren, was man eigentlich unter Demokratie versteht. Und nun, Björn Höcke, bei aller Skepsis, die man hier und selbstverständlich auch diesem Politiker gegenüber äussern darf. Dieser Björn Höcke sitzt seit Jahren in Erfurt im Parlament. Er ist durchleuchtet, er wird beobachtet. Man sieht, was er macht. Man sieht, was er vorstösst. Und nichts davon, zumindest nichts, was an die Öffentlichkeit gedrungen wäre, lässt darauf schliessen, dass der kein Demokrat ist. Er ist ein Demokrat. Und wenn man sich mit ihm kritisch auseinandersetzen möchte, und es gibt ja kritische Punkte, dann muss man auf einem anderen Niveau argumentieren. Wenn dir zu deinem politischen Gegner nichts mehr einfällt, ausser Hitler, dann pfeifst du aus dem letzten Loch, dann hast du keine besseren Argumente. Und das ist für mich, meine Damen und Herren, Sie verzeihen hier etwas, diese drastikte Aussage, das ist für mich im Moment das Erbärmliche in Deutschland am Journalismus. Ich kann Journalisten nicht ernst nehmen, die auf diese Art und Weise Politiker verleumden und damit auch deren Wähler und am Ende auch ihr eigenes Land, ganze Bundesländer, die da ins Zwielicht gerückt werden sollen. Also deshalb schreibe ich, die AfD und ihre Politiker hätten sachlichere Kritik verdient. Die AfD und ihre Kritiker bzw. ihre Protagonisten und ihre Wähler hätten eine sachlichere Kritik verdient. Es findet ja noch gar keine sachliche Auseinandersetzung mit dieser Partei statt. Mich hat natürlich diese Wand, diese Betonwand des Einvernehmens gegen Möcke immer provoziert. Und ich habe ihn ja auch schon interviewt. Gott, ist er für mich der genialste Politiker der Bundesrepublik? Nein. Ich glaube, er wird auch überschätzt und allmählich merken die Journalisten auch, dass sie ihn überschätzt haben. Kürzlich war in der FAZ ein Artikel, da haben sie geschrieben, ja, er ist ja eigentlich viel zu scheu, um da als, ja eben, leibhaftiger Gott sei bei uns politisch wirken zu können. Höcke selber bezeichnet sich ja als Nicht-Politiker, als einen naiven Idealisten. Da ist vielleicht auch etwas Koketterie dabei, aber er hat dieses, ja, in dem Sinn Idealistische, dass er sich auf eine für viele verstörende Art, eine Unbedingtheit für seine Anliegen einsetzt. Und man kann dagegen sein, man kann dagegen argumentieren, man kann seine Argumente falsch finden oder die Art und Weise, wie es jetzt im Wahlkampf am Ministerpräsidenten Kretschmer abarbeitet, das kann man ja alles kritisieren. Aber der Vorwurf, die Unterstellung, der sei kein Demokrat, das wird ja nicht einmal belegt, meine Damen und Herren. Und das ist das Thema hier, etwas dieser Auseinandersetzung, aber das geht natürlich noch weiter. Wir haben den Professor Werner Patzelt gebeten, den Politologen aus Sachsen, aus Dresden, er möge einmal einen Vergleich schreiben zwischen Berlin und Weimar. Und er kommt zum Schluss, Berlin ist nicht Weimar, Berlin ist nicht die Weimarer Republik, also Deutschland steht nicht am Abgrund eines Zusammenbruchs der Demokratie. Und was in Sachsen und in Thüringen stattfindet, ist nicht ein Aufstand gegen die Demokratie oder eine Zerstörung, eine Zertrümmerung der Demokratie, sondern die Verwirklichung der Demokratie. Es gehen einfach die Leute an die Wahlurne und sie wählen mutmasslich andere Parteien als die, die bis jetzt den Ton angegeben haben. Die Traditionsparteien, die seit vielen Jahren, Jahrzehnten die politischen Geschicke Deutschlands bestimmen, die sind jetzt gewogen worden und werden etwas für zu leicht befunden, vor allem auch die Grünen, vielleicht bei der SP wird es zurück, gehen stark. Wir werden das sehen. Die CDU wird sicherlich auch zu den Gewinnern gehören, weil die Leute nach der grünen Welle wieder etwas konservativen Realismus möchten. Und wenn die AfD, wenn Höcke und all diese Leute dazu beitragen können und das BSW das wieder mehr Realismus einzieht, auch im deutschen Parteien-Mainstream, dann müssen sie als deutscher Wähler allen Parteien dankbar sein. Zum einen den Oppositionellen, die hier den Mut haben, immer dagegen zu halten, dann aber auch den opportunistischen Mitte-Parteien, die wenigstens, wenigstens hier bereit sind, diese Impulse aufzunehmen. Zwischen Führerprinzip und Basisdemokratie. Ralf Schuler vergleicht das Bündnis Sarah Wagenknecht mit der AfD. Aus meiner Sicht sind die ganz grossen Unterschiede natürlich wirtschaftspolitischer Hinsicht. Das Bündnis Sarah Wagenknecht setzt ganz klar auf eine linke Wirtschaftspolitik und die AfD setzt auf eine bürgerliche, sozial-marktwirtschaftliche Politik. Steuersenkungen, Entlastungen der Bürger, Entlastungen der Unternehmen, Entwicklungshilfe zurückfahren, zuerst einmal an die denken, die in Deutschland schon leben, bevor man das Geld in der ganzen Weltgeschichte verteilt. Das sind meines Erachtens die markanten Unterschiede. Dann gibt es wichtige Übereinstimmungen in der Aussenpolitik, in der Friedenspolitik und auch hier wäre aus Sicht des deutschen Wählers nicht erwünscht, wenn es da Brandmauern gäbe. Denn man könnte in der pragmatischen Zusammenarbeit zwischen dieser linken Partei und der rechten Partei könnte man ja Akzente, Impulse setzen und auch Druck erzeugen auf den Partei-Mainstream. Berlin ist nicht Weimar, die Nachrichten vom drohenden Tod der deutschen Demokratie sind stark übertrieben. Werner J. Patzelt ist ja unglaublich, dass es eine Schweizer Zeitung braucht, dass solche Aufsätze in Deutschland erscheinen können. Das ist ja eigentlich ein Alarmsignal. Das muss Ihnen zu denken geben. Dann unser Medienkolumnist Kurt W. Zimmermann, Journalisten in der Todeszone. Die Redaktionen deutscher Blätter sind viel zu gross. Der Kahlschlag ist nur eine Frage der Zeit. Kurt Zimmermann ist vermutlich der renommierteste Medienkolumnist der Schweiz, selber in hohen Managementfunktionen internationaler Verlage. Also, liebe Kollegen in Deutschland, das müssen Sie lesen. Das ist interessant. Da werden Entwicklungen vorweggenommen und beschrieben. Phänomene, die eben auch in ihrem Arbeitsalltag demnächst Realität werden könnten. Hilfe für Europa im Land der Adler. Italiens Behörden wollen Asylanträge künftig in Albanien per Eilverfahren prüfen. Brüssel lobt Giorgia Melonis Pioniergeist Augenschein im Camp der Hoffnung. Urs Geriger in diesen Flüchtlingslagen in Albanien der Italiener. Auch Ursula von der Leyen sogar lobt dieses Ansinnen. Gerhard Schröder, mein Leben, ich freue mich sehr. Am 18. September 2024 ist der frühere deutsche Kanzler, der Reformkanzler und auch Grossreformer Deutschlands in Zürich zu Gast. Wir unterhalten uns über sein Leben. Sie können sich noch anmelden unter www.weltwoche.ch-gipfel. www.weltwoche.ch-gipfel. 90 Franken kostet der Eintritt und dann gibt es noch die Gelegenheit, im kleinen Kreis bei einem exklusiven Abendessen mit dem Kanzler zu sprechen. 390 Schweizer Franken ist da der Preis. Etwas fürs grössere Portemonnaie, aber wir müssen natürlich auch die Kosten decken können, da das Dolder. Also wir können es einfach gratis verschenken, bitte um Verständnis dafür, aber es ist auch ein toller Gast und ein sehr interessanter, auch umstrittener Gesprächspartner, der aber sehr viel zu sagen hat. Thilo Sarrazin, der visionäre Buchautor Deutschlands, seit vielen Jahren Kolumnist bei der Weltwoche. Deutschland schafft sich ab, schneller als ich dachte, zu seinem neuen Buch, das jetzt bei den Kiosken am Start ist. Heroische Gelassenheit. Ich plädiere für heroische Gelassenheit nach Solingen. Lesen Sie selber, was ich dazu zu sagen habe. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass Verbrechen wie das von Solingen jene am Ende heilsamen Erschütterungen auslösen, jenen Erdrutsch, den der Mensch leider braucht, um sich von seinen Illusionen zu befreien. Journalismus ist Krieg. Daniel Rieser hat in der Dschungelvilla des Interviewpartners Glenn Greenwald, einem der ganz grossen Recherchejournalisten auf der internationalen Bühne, eben mit Greenwald gesprochen. Eine grosse Reportage. Und Alexander Grau, sehr interessant, das ist, glaube ich, in Deutschland auch noch nicht so richtig vermeldet worden. Ballern gegen die Apokalypse. Der Südwestfunk lanciert ein Videospiel. Die Teilnehmer kämpfen gegen Klimasünder. Also die klimapolitische Indoktrination, die hier auf spielerische Art und Weise, auf ballerspielerische Art und Weise geübt wird, gegenüber jungen Fernsehzuschauen. Ist das noch der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in Deutschland? Da würde ich also ein ganz dickes Fragezeichen hintendran setzen. Das also die deutsche Ausgabe, die Deutschland-Ausgabe, das E-Paper, das heute erscheint. Unbedingt abonnieren. Wir haben attraktive Angebote. Gehen Sie auf unsere Website www.weltwoche.de oder in die Weltwoche-App Deutschland. Da können Sie sich mühelos und spielend einloggen. Dann sind Sie dabei im offenen Gespräch bei der grössten Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter Papierfläche bzw. Bildschirmfläche. Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's mit meiner Morgenpredigt zur neuen Weltwoche. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar interessante Impulse hier vermitteln. Machen Sie es gut. Ich freue mich, wenn wir uns am Montag wiedersehen. Ich melde mich dann, wenn alles klappt, aus China, aus Shanghai. Ich habe ein paar sehr interessante Tage vor mir. Schrei mir da etwas China an. Auch ein Land, das in unseren Medien immer wieder schäl und schief angeschaut wird. Die Weltwoche. Wir gehen in die Welt hinaus. Und ja, man muss heute die Welt immer wieder neu erkundschaften. Ich war noch nie in China. Ich war mal in Hongkong, in Makao, aber so richtig in China war ich noch nie. Bin sehr gespannt. Freue mich darauf und hoffe, dass ich irgendwie übermitteln kann und Sie an meinen Eindrücken teilnehmen lasse. Bis dann. Alles Gute. Ich freue mich und melde mich zurück.